Tretroller und Fun-Scooter sind seit jeher im Trend. Der Trend besteht auch heute noch. Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene können mit einem solchen Tretroller definitiv ihren Spaß im Alltag haben und gerade auch für die Stadt ist so ein Gerät sehr gut geeignet. Das Modell mit der Bezeichnung Hudora Big Wheel möchten wir in diesem Video einmal besprechen. Es handelt sich um einen faltbaren Alu-Scooter. Wenn ihr euch einen solchen Artikel zulegen möchtet, wir haben wie immer einen Preisvergleich für euch durchgeführt und das beste Angebot unter diesem Video unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall reinschauen, das lohnt sich. Hier könnt ihr möglicherweise noch den einen oder anderen Euro sparen. Zusätzlich haben wir da noch die wichtigsten Informationen zusammenfassend für euch hineingepackt. Bekanntlich lohnt es sich mittlerweile online einzukaufen, da hier zumeist unter den Herstellern eine sehr große Konkurrenz ist und dementsprechend bessere Preise angeboten werden. Wir möchten hier noch ein paar Tipps euch mit an die Hand geben, um euch die Kaufentscheidung bestenfalls noch zu erleichtern. Es handelt sich um ein Modell, das nicht nur für Kinder, sondern auch für Jugendliche und Erwachsene durchaus geeignet ist. Gibt es aber in ganz vielen verschiedenen Ausführungen und Farben auch von Gold bis hin zu Grün oder Blau. Auch standardmäßige Designs wie Weiß oder komplett in Schwarz sind hier erhältlich mit ein bisschen Silberakzenten. Das Ganze insbesondere für Einsteiger sehr gut geeignet, denn die Handhabung ist besonders einfach. Und nicht nur das, bei diesem Kick-Scooter wurde insbesondere auf das Thema Mobilität gesetzt, denn wir haben einen Umhängegurt mit dabei und das Ganze lässt sich auch bequem falten und zusammenklappen, sodass dieser höhenjustierbare Scooter sich sehr gut transportieren lässt. Beispielsweise lässt er sich auch in den Kofferraum unterbringen oder auch zu Hause eben platzsparend nochmal verstauen. Wir haben die Möglichkeit, wie erwähnt, dass die Höhe sich anpassen kann bis auf 104 cm. 79 cm ist die geringste Höhe, die hier sich einstellen lässt. Dementsprechend eben Kinder, aber auch Jugendliche und Erwachsene, die hier mit diesem Scooter sehr gut zurechtkommen können. Der Fahrkomfort ist hier besonders gut, was auch nochmal viele Kundenmeinungen eben bestätigen. Die Räder sind relativ groß, sitzen stabil auf, auch die Griffe sind sehr bequem, liegen bequem in der Hand und relativ stabil. Das Ganze, wir haben an der Seite auch noch einen kleinen Ständer, um diesen Scooter dann abstellen zu können. Maximal belastbar ist das Ganze bis 100 kg, sodass eben Erwachsene dementsprechend keine Probleme haben, hier diesen Roller zu benutzen, aber auch schwerere Kinder und auch eine Hinterradreibungsbremse ist hier mit dabei. Zudem noch Reflektoren mit verbaut, um eben das Thema Sicherheit nochmal entsprechend der deutschen Standards zu erfüllen. Auch das finden wir sehr gut umgesetzt. Und auch Schmutzfänge nochmal am Vorderrad und am Hinterrad, damit man hier sich nicht allzu schmutzig macht und auch mal im Wald ein bisschen fahren kann. Aufgrund der relativ großen Reifen ist das auch relativ gut möglich. Also kommt mit sehr vielen Untergründen gut zurecht dieser Roller und sieht letztendlich auch relativ schick aus, wie wir feststellen können, insgesamt gut verarbeitet. Das Ganze kommt mit kleineren und größeren Unebenheiten gut zurecht. Und der Durchmesser der Rollen übrigens beträgt nochmal 20,5. Ja, ob man jetzt größere oder kleinere Rollen bevorzugt, das ist einem ganz selbst überlassen. Größere Rollen sind jedoch meist, gerade wenn man ein bisschen mehr unterwegs ist, sehr von Vorteil, dämpfen auch ein bisschen besser ab. Und insgesamt relativ langlebig auch. Das Ganze, weshalb wir sagen können, ein Roller, der sich definitiv in dieser Preisklasse lohnt. So sind wir auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Hoffen, wir konnten euch die Kaufentscheidung ein wenig erleichtern. Unten in der Videobeschreibung nochmal alle wichtigen Infos für euch und der Link zum besten aktuellen Angebot.